Herzlich willkommen zu meinem neuen Video von unserem Osterwochenende und unser erster Stopp ist das Tropical Islands und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Das war's. Das war's schon wieder und es ist tatsächlich sogar noch hell, es ist gerade mal 18 Uhr. Ich erinnere mich, letztes und vorletztes Jahr sind wir immer im Dunkeln erst nach Hause gefahren. Es regnet auch ein bisschen, ja, war schön, so. Ich war nicht im Wasser, ich konnte nicht wegen meinem frischen Tattoo. Also es ist jetzt schon zwei Wochen alt, tatsächlich, heute auf den Tag genau, aber es war mir noch nichts, also mit dem Chlorwasser, ich wollte das nicht, auch wenn es schon ganz gut aussah, wir müssen mal hier rüber. Wir haben an der letzten Ecke geparkt, wirklich ganz, ganz, ganz hinten. Aber ich sehe das Auto schon, das ist der Vorteil, wenn man so ein hohes Auto hat, dann sind da überall die ganzen flachen Autos und, ja, man kann sein Auto trotzdem gut sehen. Steht auf jeden Fall noch da. Das war's schon wieder. Die Ostergeschenke sind gesucht und gefunden. Ihr habt ja gerade schon was gesehen und Karl hat jetzt hier sein, ich drehe mal die Kamera, sein Kaufland nochmal aufgebaut, richtig cool, finde ich ganz, ganz toll. Wo sind denn die Geldscheine? Sind die in der Kasse? Hier, 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 hier haben die welches, hier ist was und? Auf, zwei passen da nur rein. Ja, das ist ja cool. Nicht schlecht. Und ich packe jetzt Sachen zusammen, weil wir wollen, also wir fahren jetzt erst zu Karls Erdbeerhof. Zu meinem. Ja, zu deinem. Und dann gehen wir picknicken. Das ist auch so ein bisschen Oster-Tradition, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und zwar irgendwo halt, also picknicken logischerweise im Freien irgendwo, wo auch eine freie Fläche ist zum Eierschleudern. Ich weiß nicht, ob ihr Eierschleudern kennt. Manche machen ja Ärzte wie Eierrollen oder so, keine Ahnung. Ich suche jetzt erstmal diese Netze vom Eierschleudern. Die hat meine Oma gehäkelt. Ich muss hier mal im Schubfach wühlen. Das ist das Schubfach, was ich die ganze Zeit eigentlich schon durchsortieren wollte. Und auch freuen wollte, jetzt muss ich hier drin rumwühlen und diese Netze mal suchen. Und dann, ja, kann ich Sachen packen fürs Picknick. So, hier ist unsere Picknick-Bank und hier ist unsere Schleuderwiese und da ist unser Essen. Nicht du. Die Tür? Gibt es dir keine Mühe. Und es ist ultra warm und richtig schönes Wetter. Das war schon mal gut. Wenn es noch ganz ist, musst du nochmal, du darfst. Mach das schön. Ne, mach mal. Ich weiß nicht, ob ich das will. Du schaffst das schon. Mami, einfach hässlich auf dem Wohnstatt gehst. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Timi, schleudern mal. Kann sowas nicht? Klar. Also mit Parken, das war hier schon mal eine Katastrophe. Achso, ich habe ja noch gar nicht erzählt, wo wir hinfahren. Wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt in Döbeln beim Erdbeerhof, der hat vor kurzem eröffnet. Und hier ist alles voll und alle stehen illegal an den Rändern des Parkplatzes. Also hier sind definitiv viel zu wenig Parkplätze. Wir haben aber jetzt hier einen gekriegt von jemanden, der gefahren ist. Es ist nämlich schon 15 Uhr und wir sind safe. Die Letzten, die hierher gekommen sind. So, und jetzt schauen wir mal. Ich sehe schon die Achterbahn. Fahren wir Achterbahn, Karl? Ja. Und du? Du machst das schon. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020